Hallo Leute, vor etwa drei Monaten haben wir euch den Zander Prochette vorgestellt. Ein absoluter Knaller zum Zanderfischen. Allein dieses Modell hat mehrere Dutzend Fische erwischt und ihr seht, das Material ist absolut genial. Laufeigenschaften perfekt. Jetzt haben wir wieder etwas Neues, pünktlich zur Herbstsaison ab September im Fachgeschäft, den Spiky. Der Spiky ist ein typischer japanischer Köder, der ganz anders als ihr normalerweise von vielen Ködern gewohnt seid, die Rillen haben, hat dieser Noppen. Und zwar 264 Noppen. Dank dieser Noppen gibt es unwahrscheinlich feine Vibrationen unter Wasser. Zusätzlich hat es den Effekt, wenn der Fisch den Köder greift, fühlt der Fisch Natur. Also er hat das Gefühl, er würde etwas zum Essen im Maul behalten. Weniger Fehlbisse dadurch, ein sehr natürliches Schwimmbewegen. Denn wir haben hier etwas weicheres Gummimaterial verwendet. Ein absolut geiler Köder zum Barschangeln und zum Zanderfischen.